oh hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wie reising heute durch versuchen wir leandra die schattenpriesterin zu besiegen und ja kommt doch mit du bist schon auf dem weg genau als wolf wolf und ich habe endlich ich bin ja nicht so weit gekommen ich habe dann knoblauverseuchung und schon über 60 merke grad immer zu zweit sind gilt das denn schon als wolfgang so lang sitzt die wolf form gibt dann habe ich ja schon ein paar mal gebracht aber nur innerlich aber ich habe noch nicht mitgekriegt da bist du da gar nicht durchgelaufen oder noch alle leben hey habt ihr alle töten gerade da sind noch voll viele bewohner um und an er soll ja die normale bewohner die tötete nicht okay sorry nicht gut dass du an gut geil bist da kann ich gerade mal mit meinen neuen spellstores probieren oh ist halt mir gerade noch einem näher oder wo nicht sorry ich habe einfach zu stark einfach zu stark was du gesehen hast alles anders habe ich kann ich denn ah da steht ein Pferd von uns haben wir das immer gehört das ist glaube ich Minz gewesen ja 6% nein ich habe nur gerade geschaut das healt und so ah nice oh was wir können da in feil gehen nein ah das feuer hielt mich aber glaube ich nicht das feuer ja oh der ist level 50 da der ne der bogenschütze der im hintergrund jetzt der drinnen und der kleine du bist du denn oder ach ja genau ich bin vorbei gelaufen blödsinn ja du wie wirst du es arbeiten ah ah nice doch gleich hänge ich kann gleich gegen die wand ich glaube das geht sich nicht aus Komm schon, komm schon! Komm schon! Maaah! Ja schade. Hä? Achso, X ist es. Das bringt doch ein Standard-Pott um. Der war ja ein 50. Das ist nicht Standard-Pott. Ja, da kann ich nichts dafür. Wenn du... Hättest du halt auch möglich gegeben, weißt du? Äh, warum auch immer bin ich schon mit halbem Leben nicht reingekommen. Hey Matt, das Knoblauch wirkt immer noch. Ich hab 3 Knoblauch noch. Ich hab 60 Knoblauch. Verdient. Ich glaub, dass... Ich glaub, dass wir langsam was gegen das Knoblauch tun müssen doch. Ja, nicht immer durchrennen. Ai, ai, ai. So, ich kann ranma. Arriba, Arriba! Andere! Jetzt rundum. Kommt zwar sicher wieder der... Schild Heini. Wahrscheinlich wohnt er uns. Vielleicht beide one-shotet. Oder der kamische Sonnen-Heini. Ja. Der, was ihn Unwesen treibt. Ich glaub, meine Knoblauch-Versäuchung ist zwar noch das Icon, aber ich bin schon bei Null. Ich bin bei 60. Schild Heini. Die Sonnen sind ein paar Fakkeleine. Ja, die brauchen unbedingt einen Umhang, wo da 25% weniger. Ich bin eine kleine Ratte. Piep, 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 piep. Da kann mir nichts passieren. Wenn eine Ratte dir nach Knoblauch stinkt. Auffällig, auffällig. Let's niemanden nehmen. Eigentlich ist mein Schwanz so lang wie mein ganzer Körper. Ja, das ist bei einer guten Art, also. Halt! So wie in echt, aber... Cut! Cut! Ich glaub, das war mir. Es ist scheißegal. Ich glaub, das ist bei beidem nix. Außer der Tod. Oh, der ist Eisnerz. Hat er lebt? Noch ein halbes Leben. Sollen wir ihn nehmen, oder? Ja, jetzt haben wir den vollen Leben. Aha. Au. Oh, ne an 100%. 100% Schirk. Boah, der schmeckt. Das kriegt man ja alle Effekte um 30% verstärkt. Gas. Ah, Träumle. Nehmen wir's nicht wieder hoch. Naja. Du musst ja das nur pebern, weil das ist ja von vorte gleich beim Kampf. Hä, ich kann schon 45 sehen. Ja. Und du 46. Mach's ja wieder. Ja. Der wird jetzt so strong. Na, der ist nur 40, glaub ich mir. Ah, warum schießt der auf mich? Der hat 32, falls der will. Was gut. Mach ich mal einen kleinen Spaziergang mit ihm. Ja. Warte nehmen. Gracias. Oh, ein Saphir-Anhänger. Achso, zum Craften. Ein Rezept. Das wollte eigentlich nicht. Wollt. Das hat Priesterinnen. Das Blut unten schottet sogar an Zahnerschusses. Das ist ganz voll irgendwie. Ist wohl bei 100% so. Anscheinend. Oh, da vorne kommen wieder drei. Oh, da ist ein Bombenwerfer. 54 dabei. Aber haben wir wohl nochmal eine runde Ratte. Piep, 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 piep. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ach, wo kommt das nochmal? Ich war so ok. Schon eine Ratte. Hast du den Blutspuner aktiviert eigentlich? Ja. Ich hab schon kurz gemacht, wir sind falsch. Bist du schneller wie ich? Ja, ich bin ja eine Ratte. Wow. So. Äh. Wo ist sie? Nimm ihn in den Mund. Das ist für... Das ist was sie sagt. Äh, das ist was sie sagt. Das ist für Viecher. Mach mal. Das ist eine Schale auch, glaube ich. Ja, schrecklich. Ja. Nicht, dass wir wieder umkommen. Achso. Oh shit. Ah Gott, da ist niemand Upi dabei. Da ist schon wieder Feuer. Es ist zum Kotzen. Ja. Ja. Ja, aber was? Er zählt doch eh auf dich. Wie? Zähl mir nichts. Und? Und? Sechzehn. Totaler Heal. Ah. Wenn wir das beide haben. Ist das da Schwefel, gell? Das ist nicht Gold. Schwefel, ja. Ja. Ja, nehmen wir mit. Hast du gedacht, dass wir beide ein kleines Schwefel im Inventar haben? Ja. Hehehe. Wart mal. So. Oder links unten ist mal ein irgendein Holzbaut. Unten liegt der Schwefel hier unten. Ah. Was ist denn das da? Das ist der Stein ohnehin. Ja. Ein Bastion von Dunley. Ist er neben uns. Das holst du hin. Ja. Willi, nicht ihn. Wo? Achso. Wann ist der Osten Willi? Ich glaube, da wird dein... Ha. Aha. Willibert. Witte links, oder? Da sind ganz viele Feuer. Nein, ich glaube da oben ist er schon. Ah nein, Skelett Bischof. Level 46. Hat er ein paar Lütte umgebracht. Ja, aber ich glaube das ist kaum ein Impuls, oder? Ich mag ihn nicht so gerne. Nein. Ah, aber du feitest trotzdem. Ich nicht. Okay. Verstanden. Oh Gott, ich habe immerhin Holz gesammelt. Nice. Was? Ah, der lebt ja noch. Im Blöden vom Geißelstein. Ah, das ist das, was wir als Rezept kriegen. Wo der jetzt? Äh, ich glaube ja. Okay. Ich bin recht erwähnt. Ah, ich trottel. Da mir, da mir, da mir, da mir. Was ist das da jetzt? Was ist das? Kirche der verdammt. Oh, da steht noch einer. Da steht noch zwei. Da steht noch drei. Der hat noch geschlafen anscheinend. Ja. Aber der schaut nicht aus, also. Jawohl. Da gehört sich ums Eck. Aber dein Bischof da. 46. Au. Au. Den kann man gar nicht aussaugen, den Bischof. Ist ja das Skelett eigentlich, aber es gibt ja. Kannst du die andere Skelette, kannst du die aussaugen oder? Ja. Das stand mal hier. Ja. Ah, den hab ich gar nicht gesehen. Ist das nochmal irgendwo anders? Nee. Na, komm mit. Hoppala, den hab ich gar nicht gesehen. Böse Buur. Wir kämpfen einfach aus dem Eckkuss. Oh, mal du. Gruppenstun. Ah, er will dem Giftding immer aus wie ich. Oh, ich glaub das ist er da. Untotterkommandant. Nein, das ist ein Untotterkommandant. Nein, das ist er nicht. Oh. Ami. Hä. Oh, das ist er nicht. Oh, das ist aber nicht gut. Kann noch nicht ziehen. Hör dich auf mich. Ah, er hat mich herzogen. Oh, der kann auch der Beyblade move. Hallo. Na ja, ich hab den Willi dabei. Ja. Mach er nicht so. Nein, ich hab nicht so weit. Oh ja. Uh. Ein Level. Ich bin ja fast tot. Dann machen wir mal ein bisschen Blutheilung. Ja, ja. Mach du das nur, du willst. Das hast du es. Oh. Ah, das war nicht. Holt er mich wieder? Ah, nein. Boah, das macht der damage. Hey, das ist er ja gar nicht. Nein, das ist irgendein anderer. Ein random. Dahin. Au, 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 au. Aineke, ich hab da Heal auf dir. Der liegt Glas. Au, 60. Ja, wenn ihr erhüllt hat. Ist ja leider gut. Und Spass. Es hört mich fast drauf. Nein, ich bin ein bisschen rausgestanden, als du weißt. Wow. Ich geh da noch nicht hoch. Ich warte. Ah, ich hab immer noch 31 Knoblauch. Das ist voll blöd. Aber das Knoblauchzeug da nicht macht. Glaub ich nicht. Knoblauchwiderstandsgebräue. Ich brauche Höllen, Kriegsdorbriten, Ratten und mit Wasser gefüllte Feldflasche. Ich hab nix davon. Ich hab nix davon. Ich hielt dir ein bisschen. Aber eine leere Feldflasche könnte ich... Das wäre nicht so ruhig. Dann warten wir da mal kurz. Aber ich hab keine 4 Ratten... Ich hab keine Höllen, Kriegsdorbriten. Das wäre nicht gut. Aber das werden wir wahrscheinlich brauchen. Da bin ich schon maximal gekeilt. Das hielt mich nur bis zu meinem schwarzen Strich. Ich hab mit dem Blut eigentlich nicht verbrochen. Ja, das kann ich nicht verbrauchen. Ja, das kann ich nicht verbrauchen. In gut 100 Prozent. Ich hab mir jetzt vorhört schon zweimal gekeilt. Ach, haben wir nicht einen Heiltrank mit? Äh, na. Schade. Ja, da müssen wir schon wetter, oder? Die wird wahrscheinlich da jetzt nicht gelassen. Ja, klar müssen wir das opfen, ja. Aber ich bin grad am loken, ob mich... Halt... Ich krieg halt 24... Äh, 25 Prozent mehr Damage. Und ich mach 25 Prozent weniger Damage. Solange ich den Scheiß hoff' Du mal Ohren einzeln, aber cool. Weil wie gut ich bin. Oh, ich glaub ich... Ich da nicht. Was ist denn da? Ach, Mann. Ich hab's noch mal aufgefahren. Ja. 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 Paa! Ja. Ja. Wollt doch mal auf. Ja. Ja. Wo ist denn jetzt überall so? Ja. Ja. Sonne gewesen. Ach, schade. Was? Was ist denn da? Da gibt es mal einen bewachten Eingang. Höh! Der Naber gekommen. Wie weit sind wir da im Eck? Nicht alle, nicht alle. Hallo. Oh, es laggt. Ich hab grad richtig erwatschen gekriegt. Wir müssen loken, was effektiv gegen Skelette ist. Das ist sicher irgendein Item, was... Vorteil ist man sicher schon. Da hat 25% physischer Schaden und Toten. Sind Axt. Vegetation, Kreaturen, Mineralien. Ich glaub, also die Eisensense. Die hab ich ja. Nein, ich hab kein Blut mehr. Wie viel Prozent... Wie viel Ding hast du unten noch? Ähm... 3,5 Liter. Von 10. Okay. Das ist jetzt ein Drittel ungefähr. Ja. Ja. Okay, ich hab noch 0,9. 3,5 von 10 ist... Äh... Ja. Ja, ja. Ja, Drittel. Okay, ich geh nur schnell... ... schauen, ob ich irgendwas... Da ist ja eine Truhe, ja. Ganz, ganz glücklich. Riesengroße Truhe, die wir einfach übers Ehren haben. Ach. Oh, farbige Fenster. Lässig. Mann, komm jetzt. Irgendwo muss ich doch irgendwas sehen, was ich aussuchen kann. Mann, ach eh. Umzug. 3%. Ah, das. Hat mich da an einem Schlag gekeilt. Ah, ja. Strafe Wegsteck. Ja. Oh, super. Da kommt eine schwere Miliz. Haha. Da geh ich weg. Ich sammle noch ein bisschen Holz. Eigentlich so on the way Hersteller. Wenn eine Ratte hättest, könnte ich noch ungeziefer Salbe. Oh, da ist eine Reh mit 93% in ihm das. Ah. Okay, nimm's doch nicht. Warum nicht? Weil ich mit einem Schlag... ... wurde. Wie sehr ist das schon. Mann, ich bin lästig, ey. Ich bin schon heiß. Jetzt hab ich konserente. Ich hab nur noch 3,1 Liter, also... Ja. Junior? Ich hab halt 0,5 Liter. Ja. Ja, vom Schaff. Ach. Da gibt's ja nicht. Ja gut, die nehmen jetzt einfach den nächsten Damage-Dealer von dir. Ah, die haben ja wieder nichts. Aja, aja. Aja, da ist nix oma, da sind nur Tote oma. Wenn es so weitergeht, habe ich auch kein Blut mehr, was? Nein, das gibt es echt nicht. Ah, da sind noch nicht einmal mehr die Wölfe, die vorhin noch da waren. Wenn sie die Untoten die Wölfe töten. Wahrscheinlich. Ok, da unten ist was, mit 8%. Und noch 3. Da ist nicht so schnell. Da ist nicht so schnell. Ja. Ja. Ja, das war dumm von mir. Ja. Ich habe vorhin heilen müssen. Eigentlich ist der Knoblauch das Problem. Aber ich hatte einmal die ganze Zeit auf den Deckel gekriegt und habe mich heilen müssen, so wie Sau. Ja. Mutmassungen. Ah, Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Folg dir mit meinem Navigationsgerät. Ja. Ja. Ja, die sind da wieder nachgespawnt. Au. Ja. Du musst die wieder heilen. Ja. Ja. Oh, ich habe es faktische Dinge. Ja. So, weiter auf wieder. Wie kann ich das Ding werfen? Die ist schon auf, oder? Ah, nein. Ja, die habe ich übersehen. Der andere, die Schatten. Riesek, Bonjuva! Hallo? Ah, die hat... Ah, da ist dort noch einer. Die haben wir übersehen. Oh, ja. Oh, ja. Einmal. Ich habe das auch nicht. Und was schon da ist, was ich? Nee, ich habe das. Das ist ein Zerp. Ja, ich habe das. Das ist ein Zerp. Ja. Oh, ich sehe das. Das ist eine Zerp. Na holy shit. Muss man sie jetzt hinnehmen, oder? Sie sieht ja gar nichts, außer dass ich für so komischen Viechchen durchgehend attackiert würde. Ah, da ist sie. Ah, der ist so kittet. Boah, das hat der Mensch gehabt. Na, come on. Ja, wie denn? Das macht so viel Damage. Ich bin fast hin. Ich bin tot. Ich liegt da, wo mein Ding sich dreist. Ja, ich mach sie jetzt. Ja, besser ist es. Ich hab sie. Ich hab schon wieder fast kein Blut. Immerhin. Los. Oh, das gibt mein... Achso, jetzt hab ich jetzt mal... Ich hab deine 8%, weil du mich wiederbelebt hast. Ah. Du... Nice. So, was haben wir gekriegt? Haben wir irgendeinen neuen Zauber gekriegt? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Spektralattentäter, oder? Ja. Ich beschwere einen Spektralattentäter am Zielort, der einen schweren Nahkaufangriff ausführt, der nahen Feinden 140-malergischen Schaden zufügt, die zurückstößt und schwächt, okay, verursachte Schaden um 30% für 5 Sekunden verringert. Gar nicht so schlecht, eigentlich. Ich nehm den mal da. Ja. Müssen wir beim Homewerk, sollten wir... Züge mitnehmen, gell? Genau. Ja, komische, goldige Pfade. Ah, ja. Wow, da unterstehen die Typen. Aber wie kann man da aus? Niki-Piki. Niki-Piki. Ah, du, das ist ja schon mitgegangen. Oh, wow. Au. Warst gar nicht so sneaky. Wohl, aber der hat mir angegriffen. Ah, ja, wow. Da ist Silber im Gepäck. Das hab ich vorher extra nicht aufgenommen. Ja. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie letztes Mal. Was? Jetzt gibt man einen zweiten Typ fighten und wir haben beide blöder wie es der gleiche genommen. Achso, ja. Mal schauen, dass wir beim zurückgehen und dann das Zeug da insammeln. Oder vielleicht kommen wir gerade in das fette Gebiet da im Süden. Ja, ja. Ja, ja. Es sieht eigentlich noch nicht aus, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wie kommt man da hin, denn bei dem Gebiet? Ah, wohin. Wie kann man wieder nicht erst so? Wie kann man wieder nicht erst so? Wie kann man das tun? Wie kann man das tun? Nein. Da kriegst warnt geschossen. Ah, der lebt ja noch. Ah. Aha. Da stand... Oh, da stand... 54. Bombenwerfen. Ah, ist das nicht wurscht. Ah, 54. Hier irgendwann 10%? Nein. Level 75. Ich brauche eigentlich nur noch ein Leben. Der rennt immer weg, weil er Bomben irgendwo anwerfen kann, wo er nicht tötet hat. Ah, komm. Ah, da ist ja der Eingang zu dem Gebiet. Ja. Super, ich bin fast tot. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Oh weh. Und du das nicht. Da hat der Lootgeier schon wieder zurückgeschlagen. Oh, 23, 22, 22. Oh, warte. Ich wollte ihn eigentlich nicht herbauen. Wow. Der ist ja der 54. Ich finde, ich bin fast tot. Nein, nicht zu mir rennen, wenn ich mich heilen will. Ich bin da durch die Türfeuer abgedreht. Ich kann nicht. Mhm. Wir wollen uns dann jetzt weg. Oh, na, Mann. Na. Können wir ja gleich inventory manage machen? Ja, ich hiel mich mal schnell. Hast du das doch? Mir ist hier noch nicht, was das ist. Aber ich kann es dir gleich zeigen. Was soll es sie? Ja, goldiger Faden. Oder ich weiß nicht. Das kann ich nicht. Ich kann noch tauschen. Holz habe ich noch Platz. Stein habe ich noch Platz. Ja. Oh, da kommt es zu den Kollegen. Oh, dann haben wir mehr als wie noch. Oh, shit, 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 shit. Ich bin nicht wirklich so allein. Und jetzt ist heiß. Nein, ich bin zufrieden. Und die nehmen wir mal schnell. Küscht mir. alles macht viel damage oh shit, oh shit, oh shit du bist noch einer da, weiter hoch, aber ich stand da mit der Hose unten na, komm ich da nicht durch ah, fuck mei, die Gmecke ich bin tot das ist nicht gut ja, du hast nicht die Hälfte für dein Leben ja, wenn die nicht überall alleine sind ja, dann ist er wieder so, danke heute sterben wir ziemlich oft ja gleich unvorsichtig nix das stimmt schon ja ja sag mal zurück in base ja na komm na dann nein wir sind ja wieder irgendwo habe und dann immer nur rechts, rechts, rechts habe und zurück bei der bauernhof nebst dir, dann können wir gleich looten da gibt es den goldigen nix kurz als Ratte tarnen oh ja hu 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 ja genau was dann brennt was habe ich gemacht big mistake oh äh ja renn lieber ich habe da noch andere kollege mit ich glaube ich habe abgehängt was droppt auf dem schaf vielleicht wolle hm, warum wir vielleicht noch nicht ach, stören wir doch schon viele die die schlafen die 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 Oh, Vincent der Frosch springe. Ich bin nur eine kleine Ratte. Ah, oh, das ist ja dumm. Tschüss. Ich weiss nicht, warum ich nicht mitdenke. Spass. Danke. Wiederschauen. Ich hoffe, er hat irgendwann mal kein Agro mehr auf mich. Ich sowieso nicht. Ich bin eine kleine Ratte. Ich bin ein Wolf. Aber die haben eine Milizbasis. Nein, du läufst falsch. Aber du schon wieder eine willst. Ja, die Milizbasis da auf dem Werk. Das zückt noch mit. Oh, da vorne ist auch ein Bombenwerfer. Ja. Okay, das schaut jetzt aber nicht so gemütlich. Kriegt schon wieder so ein Feuerpfeil an mir vorbei. Ja. 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 Da liegt ja mal nicht viel um eine andere. Aber anscheinend gibt es da das Züge. Anscheinend. Weißt du mal. Schwefel, Stein, Staub brauchen wir nicht. Pflanzen passen auch nicht. Eisen nehmen wir mit. Schwefel nehmen wir mit. Da ist schon mal eine ganze Truhe dahin. Perfekt. Da habe ich ein Eisenerz. Was ist das denn hier für? Steinstein, die Backe. Schon ein Steinstaub. Den auf der Mama Mike ist selber genug. Ja. Mal Eisenerz. Sehr gut. Schon wieder fast. Loot. Da kann man nicht rein. Okay. Das ist doch schnell gegangen. Wir werden aussaugen da. Oh, der kommt dann nowle Vorspringer, gell? Oh. Und der reißende Händler. Oh, der ist schon mal gut. Ich habe mich jetzt verkleidet, ich tue jetzt Händler an, da kommt aus dem Gebüsch. Das war dumm ein Gedanke. Oh ja, da hat die Köpfe für 300 Silbermünzen. Ah ja, stimmt. Tränke und Saphire. So zurück. Heidig-Miderstandstrakt, das klingt auch eklig. Du wirst wahrscheinlich unterwegs noch gesegnet. Wir müssen mir zufällig in die gleiche Richtung, ich schalte Licht auf, Berg. Ich verwandle mich als Wolf und kann. Ja, ich bin auch gerade. Wir sind gerade kurz im Kampf. Ah, wir müssen ja gerne da rein. Ja. Jetzt will du das scheiss Knoblauchgebiet durch. Im großen dunklen Wald. Nein, unsere Base ist da oben, oder? Ja, aber da ist eine Knoblauchverseuchung. Ja, da ist das schon unsere Base. Ah, das ist ein Höhleneingang. Nevermind. Hahaha. Ach Gott. Herzlich willkommen bei Vampire Survival. Ich spiele die ersten 10 Minuten. Einmal wieder austrickst und durch die Knoblauch. Komm, wenn ich schon da bin. Ah, der griff mir ein Dorfbewohner mit einer Mischgabel. So wird das schon gekommen. Ja. Verrück in der Hölle. So, das brauch ich nicht. Rett. Wir nehmen jetzt alle eure Baumwolle mit. Ja. Nice. Das ist gut. Wir sehen noch nicht, was wir da vorhauen. Aber ich glaube, wir haben immer noch zwei von deinem goldigen Faden gesucht. Was ist da? Und ich habe die Tür auf, oder? Jemand hat uns jemand besucht. Ah, ich glaube leider nicht. So. Wir lassen uns einfach drei verstanden. Was? Wir müssen friedlich nebst einander leben. Wir müssen nur hin und wieder mal werden opfern. In dem Team oder so. Warum haben wir eigentlich drei Pferde? Wir haben ja... Wir haben ja mal fünf Pferde gehabt, aber... Manche sind nie wieder zurückgekommen. Weil wir sind ja irgendwo Stahler haben. Aber sie haben auch die Werk vergessen, oder wie? Äh. So ist das statt auch noch eins. Wir haben ja vier Pferde. Aber das sagen wir so. Happens nicht. Ja. Bestand übertragen. Und ich habe mich eh nicht, dass ein Kopfpferde gestorben ist. Ah, wohl. Ich habe 17 Wollfahrten schon. Ja, sehr gut. Ich habe schon mal alle Rüstungen gemacht für uns. Meinst du alle Rüstungen? Ja. Ja, die neue. Forschungstisch müsste eigentlich auch noch was vorigeschauen. Wann die haben da? Ah ja, da. Farbige Fenster. Das ist wichtig. Gnadenloser Eisenspeer. Gnadenloses Eisenschwert. Saphir-Anhänger. Oh du, hast du so viel Züge? Die 3a habe ich gefunden. Hier. Ja, aber das Eisenschwert. Und der Eisenspeer. Ist ja mal mega. Ja. Das habe ich auch gesehen. Oh, ich habe sogar Baumwollsamen. Können wir das abpflanzen? Oh, da brauchen wir ein gleichmäßiges Maragd. Drei Stück. Für ein besseres Speer. Aber der macht ja viel. Der macht acht. Da geht nochmal drei Punkte. Was brauchst du? Gleichmäßiger? Das ist Maragd. Grüne. Da haben wir sechs Stück von dem. Oh nice. Ah, acht Stück. Gleichmäßiger sind vier. Welche Farbe ist denn das nochmal? Blau. Blau. Ah, da haben wir neun Stück. Cool. Können wir schon mal das Schwert, das Speer, verbessern. Gut. Gut. Wie die, die. Da oben war noch ne Schwefel am Schweflern, oder? Aha. Ja. Macht das bald. Oh nice. Wir haben 177 Schriftrollen, ich lerne nochmal zwei Sachen. Ich habe auch nochmal 13 Schriftrollen dabei. Äh, Feuerwiderstandsgebräu. Und nochmal eine andere Kette. Neblige Hals. Ah, das sind die Rüstungsteile für mich, was du denkst. Ja, nicht alle, ja. Das sind die alten Holzzahnbrustschu... 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 Nein, das ist... Holzzahn ist neu. Ist neu? Genau. Ich brauche... Nachtsch... Nachtschrattgeweck. Oberteil... Schuhe... Wo hände ich nur ne Händchen? Gut. Ich glaube, die haben alle Händchen gefehlt. Die muss man, glaube ich... Ach so, das eine sind gnadenlos. Warte mal. Genau, ja. Ah, die Weste habe ich. Warum haben wir die zweimal denn da? Die ist da wieder zurück. Nein, oder? Hast du dich... Ja doch, die Weste hast du... Ah, scheisse. Ich habe... Die Weste habe ich, die Holzzahnweste, nur... Okay. Die Händschuhe, die Hose und die Ding... Warte mal ja... Punkt. Das heißt... Der Jägerumhang... Den habe ich ohnehin... Genau, und den neuen Umhang bräuchte man. Den könnte ich machen. So viel Baumwolle ist der Ding gerade. Hast du noch... Ist das für zweimal? Reicht's für zweimal? Für einmal. Aber wie fehlt es für zweimal? Äh... Normal... Sechs Stück. Okay, ja, die sind sicher noch unterwegs gerade in der... Ach so, aber die Hose... Ah, warte. Ich habe sechs Stück. Die Hose ist ja eh schon... Ah, die kann ich sogar eh schon auch ziehen. Ja, ich mache auch einmal so einen Umhang in der... Aha. Hm... Den mache ich an der Seite. Wie mache ich den Handschuh? Ah, da bräuchte ich die Handschuhe und die habe ich noch nicht. Da bräuchten wir auch nochmal Baumwolle. Genau. Und Eisenbahnen, okay. Ehe, okay. Ehe, okay. Ehe, okay. Ehe gut, weil mir ist fast als ich hier kann. Okay. Ich hau mal meine Alteszüge in... Ja. In der Fressnapf dahinter. Ah, ja. Hoffentlich gibt's uns noch was. Boom, boom. Ich bin gespannt. Ja. Die Mittel. Ein paar kleine Sachen wieder. Cool. Ja, dann machen wir das Schwert. Und das Ding. Ja. Ja. Die nächste... Was war denn das? Der nächste Speer. Denn... Machen wir schon bald der nächste Gegner. Und senden uns wieder in der Fall. Im nächsten Video. Danke.